Flach! Flach! Schau! Flach! 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 Einfach weiter.. Ja, einfach weiter. Flach! So, hallo? Baum, Baum, schalte den Baum fest, dass er nicht umfällt. Letztes Jahr war ein bisschen anders. Inwiefern? Ja, aber hier war der erste Überfall, weißt du, auf dem Hund? Ah. Siehst du überhaupt was? Ja, es geht. Ich weiß nicht, ob das hier oder da rüber ist. Weil da drüben auch was. Ja. 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 Kommando. Kommando. Klasse, Junge. 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 Weiter, ja? Ja, am Versteck vorbei. Warum kamst du von hinten? Das war aber schwer hinterlistig, ne? Immer hinterlistig. Das war die Stadt Nummer 1, gell? Ja. Ja, okay. So. Ist schon Überraschung mit dem Hund, ne? Ja. Kommst du überhaupt nach? Passt schon. Aber weißt du, bist du neben mir? Okay. Dann siehst du überhaupt. Warte mal, der muss pinkeln. Versteht das nicht? Ich hab die rausgelassen. Aufregung einfach. Ne, der war wieder mit Ballspielen beschäftigt. Der Trottel. So, alles gut? Ach, schau. Ich dachte, wie der Beutel voll hat. Das hat auch noch nicht gebessigt. Du siehst ja, wenn ich so leuchte, ne? Mhm. Wenn ich hör von das nieder. Der Teufel zu spät, dann muss ich das genau sehen. Einem Clboard. quedartest du ab. Oh, wie ist das denn? Oh, wie ist das denn? Oh, wie ist das denn? Guten Abend! Guten Abend! Ein Sprungwort, habe ich erinnert. Ich muss halt mit uns springen. Hallo! Guten Abend! Ein tolles Holzfand hast du an! Hör mal, wie heißt du denn? Charlie. Charlie. Hast du eure Startnummer? Hallo. Eins. Hier. Sich mal. Ja. Jetzt wissen wir, warum der Hund gesprungen ist. Wie eine Startnummer, ne? Ganz genau. Hast du eine Startnummer gehabt? Hey, bin leid. Ja. Sei mal lieb, ne? Okay. Kommen wir weiter? Ja. Ich kann, wenn die Startnummer draußen läuft. Dann schönen Abend noch. Ja, gleich mal. Das ist auch, das lässt sich auch mit dir, der Hund gefallen. Dieses Bedrängen auch. Ich glaube, war schockt, wenn das losgegen mit dem Feuer. Aber er wird ganz locker. Was? 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 Charlie! Stehst du! Was? Nein! Schicken! 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 Geh! Geh! Schicken! Da ist er! Da ist er! Da kommt nichts! Unten am Parkplatz kommt nichts? Unten am Parkplatz kommt nichts, aber die letzte Station. Ach so! Also sind wir jetzt fertig? Wir sind fertig. Danke! Alles klar! Danke! Jetzt kannst du ausmachen. Schicken! 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 Vielen Dank.